Moin und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2 Remake. Wir müssen jetzt gleich in den Uhrenturm und das zweite Elektro-Teil holen. Aber dafür brauchen wir jetzt erstmal den Wagenheber. Ab hier durch. Der Schlüssel wird ausgedient, der kann weg. Einmal hier entlang. Ah, er trifft mich auch noch. Ist aber gut hier. Ah, ich höre ihn schon wieder rumrennen. Den dicken. Ich hoffe, er lässt uns jetzt kurz in Ruhe. Lade doch nach. Komm, komm, lad nach. Was machst du denn? Großartig. 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 Du auch weg. Irgendwo kommt gleich der Dicke. Hier ist der Wagenheber. Hier ist der Wagenheber. Den brauchen wir für die Bibliothek. Weg. Na komm her. Ich höre ihn doch. Ist er weg? Können wir ihn gar nicht vorstellen. Ich höre ihn doch, dass er hier irgendwo. Rennen wir schnell durch. Ich habe gedacht, der ist irgendwo jetzt vor der Tür gewesen, wo wir gerade durch sind. Aber dann haben wir vielleicht jetzt einen guten Vorsprung in der Bibliothek. Weil da müssen wir gleich diese komischen Schränke nach rechts ziehen, dass wir überhaupt den Uhrenturm kommen. Ich hoffe, es klappt, ohne dass er rumnervt. Bis jetzt höre ich nix. So, den Wagenheber. Und jetzt müssen wir ganz schnell hier die Dinger alle nach rechts. Komm. Ein bisschen Beeilung hier, ja. Ah, den hätten wir am Anfang auch schon einmal nach rechts bewegen können, aber naja. Ich höre noch keine Schritte. Kommen wir hier schnell hoch. Jetzt höre ich ihn irgendwo. Zusehen war er nicht, aber gehört er mal. Komm her. Na. Sind sie auch weg? Oh. Wow. Die sind Matsch. So. Dann können wir hier das große rein setzen. Das nehmen wir auch wieder mit. Irgendwo ist er da draußen. Gehen wir das hier noch schnell holen. Können wir gleich kombinieren, aber ein bisschen Muni wieder für die Pistole. Ach, das Brett haben wir auch nicht. Ah, egal. Ja. Das ist ja nicht schlimm. Wir sind jetzt eh bald im Revier durch. Mal machen wir uns das. Mal machen wir uns das. Mal machen wir uns das. Mal machen wir jetzt. Mal machen wir uns das. Und hier kommt das rein. Drei Uhr hat's geschlagen. Da haben wir das zweite Elektroteil. Jetzt schreibst du eh keinen Bericht. Wo waren das jetzt hier? Hä? Bin ich jetzt blöd? Ah, das war unten. Da. Haben wir's doch. Gleich mal untersuchen. Elektroteil. Irgendwo höre ich ihn noch. Solange er nicht vor uns jetzt irgendwo rauskommt, ist alles gut. Naja, ist hinter mir. Ach, da ist er. Uiuiui. Lass mich doch mal kurz in Ruhe hier. Dieses nervige Gerät, ey. Ist auch immer so unentspannt, wenn man seine Stampferei immer hört. Stampf da schon wieder. Ah, der ist Matsch. Das ist die Kiste, wo der rote Juwel gleich noch reinkommt. Denn da ist der USB-Stick drin, den wir brauchen. Nein, kombinieren wir das. Zack, der kann weg. Gut. Guck mal. Guck mal. Ein Schuss. Super. Er steht vor der Tür. Er steht vor der Tür. Oh, Glück gehabt. Das irritiert so hart diese Schritte auf dem Headset. Man denkt immer gleich, er ist irgendwie daheim. Aber ich glaube, wir haben ein bisschen Abstand jetzt. Man kommt halt schon wieder irgendwo. So, wo haben wir denn den Juwel? Da. Kombinieren mit dem Kästchen. Das kann erstmal weg. Das. Ja. Jetzt müssen wir wieder hoch. Komm, bewegt dich doch mal ein bisschen schneller. Oh, jetzt geht das wieder los. Ach. Das ist auch so dumm, dass es jedes Mal andere Kombination ist. Mann. Das war ja wohl klar. Das war ja wohl klar. Oh, Gott sei Dank. Da kriegen wir nämlich noch die letzten Teile aus dem Schließfachraum da. Und jetzt müssen wir schnell noch die dicke Knarre holen. Das ist der USB-Stick. Das ist der USB-Stick. Das können wir eigentlich hier lassen. Dann brauchen wir nicht, weil wir die eine Knarre schon haben. Aber egal. Dann haben wir hier alles durch. Jede Etage. nur den Schließfächerraum. Der auf der ersten. Oh. Irgendwo stampft er hier rum. Hm. Irgendwo ist er noch hier. Bloß weg von dem. Ach. ich hätte da ein irgendwo sei so den knopf da rein was war das andere 103 glaube ich gürteltasche perfekt schroten uni immer gut kommt jetzt rein oder nicht ich weiß gar nicht was du von mir willst lasst mich doch einfach in ruhe eigentlich haben wir alles können wir da jetzt zurück ich weiß gar nicht der halbe der nervt auch hier könnten wir gleich mal wieder gesund machen hier den typen den leon ja dann war es das für die folge und bis zur nächsten das für die folge und bis zum nächsten bis zum nächsten